Ein Fahrer der Rostocker Straßenbahn AG ist mehr als ein Jahr nach einem schweren Unfall in 27 Fällen verurteilt worden. Wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Gefährdung des Bahnverkehrs hat das Amtsgericht Rostock den Fahrer zu 14 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Anfang März 2022 war der Mann mit seiner Straßenbahn auf der Linie 4 mit einer entgegenkommenden Bahn kollidiert. Dabei wurden 27 Fahrgäste verletzt. Laut Anklage fuhr der Mann damals zu schnell in den Weichenbereich ein. Ihm konnte nicht nachgewiesen werden, dass er auch ein Ampelsignal übersehen hatte. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Nach dem Urteil hieß es zunächst, die Züge hätten eigentlich auf gerader Strecke aneinander vorbeifahren müssen. Stattdessen aber prallten sie kurz vor der Stadthalle frontal zusammen, weil eine der Bahnen plötzlich abbog. Stattdessen aber prallt. Untertitelung des ZDF, 2020